Da waren es nur noch vier Teams. In der Champions League stehen die Paarungen für die Halbfinals fest und die Bayern sind nicht mehr dabei, weil das Wunder im zweiten Duell mit City ausblieb. Weiter auf Königsklassenniveau unterwegs ist aber Tobias Escher, mit dem wir heute auf die Situation an der Säbener Straße und die große Spannung auf der Champions League-Bühne sprechen. Also schön, dass du da bist und ja, guten Morgen an dich. Guten Morgen und ich muss mich erstmal entschuldigen für mein spartanisches Set. Ich bin diese Woche unterwegs, aber ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, trotzdem hier ein bisschen über die Champions League zu sprechen. Ja, die Champions League, das große Thema unter der Woche. Die Bayern, ja, die Bayern, das ist irgendwie gerade schwer zu fassen. Wir hatten es letzte Woche in der Analyse, wir hatten das Spiel 0 zu 3 gegen City. Da schien schon alles klar zu sein. Jetzt hast du so eine schwere Phase und bevor wir jetzt zum Spiel heute gehen, mal zu den Ereignissen am Wochenende. Also du hast das Spiel gegen Hoffenheim. Es ist so ein 1 zu 1. Ja, ich habe mich daran erinnert, dass du gemeint hast, okay, die Champions League können sich jetzt was abschreiben, aber in der Liga zogen sie sich vielleicht sogar ein bisschen besser, ein bisschen einfacher. Das sah gegen Hoffenheim noch ganz anders aus. Hat dich das überrascht? Und ja, es ist am Ende wieder einfach zu wenig in einem Spiel, wo du eigentlich punkten musst. Ja, das war auf jeden Fall zu wenig am Wochenende. Das war genau andersrum eingetreten, als ich es gedacht hätte. Man hatte sich jetzt das Gefühl, doch noch stärker auf diese Champions League fokussiert. Auch in den Köpfen schien das drin gewesen zu sein, weil am Wochenende haben sie gerade in der Offensive, gerade nach der Halbzeitpause, keine starke Leistung gezeigt. Da fehlen jegliche Automatismen, die jetzt auch durch diesen Trainerwechsel so ein Stück weit verloren gegangen sind, weil Tuchel natürlich was anderes von den Spielern möchte. Und ich finde, das merkt man in der Liga und auch gerade gegen diese beiden Spiele, gegen Freiburg, hat man das ja auch schon gemerkt. Und jetzt aber auch gegen Hoffenheim merkt man noch stärker, dass sie offensiv eben noch nicht die Möglichkeiten haben, mit diesem neuen System sich Chance um Chance zu erspielen, aber auch gerade die Tore zu schießen, was ja dann wiederum der gute Übergang ist zum Spiel gegen City. Was natürlich auch aktuell fehlt, ist einfach, dass man sich an den positiven Momenten hochzieht. Selbst wenn du dann mal in Führung gehst, dass du es kaum ordentlich runtergespielt bekommst und das sich irgendwie durch die ganzen letzten Wochen zieht. Und was man natürlich auch festhalten muss, wie du schon sagst, die Defensivakteure sind aktuell torgefährlicher. Also wir haben Adelicht mit einem weiteres Tor, wir haben Pavard jetzt mit dem Treffer. Aber das scheint zu funktionieren, aber offensiv kommen sie weiter einfach kaum in den Rhythmus, auch wenn sie sich mal zu Hause ein bisschen mehr in den Rhythmus spielen könnten. Ja, genau. Ihnen fehlt ja gerade im letzten Drittel häufig was. Also sie haben, finde ich, mittlerweile ganz gute Kombinationen aus der eigenen Hälfte heraus, gerade nach Balleroberung, den ersten Pass diagonal spielen und dann gucken, dass man auf der gegenüberliegenden Seite den Spieler findet, der zwischen Innenverteidiger und Außenverteidiger einläuft. Also dieses diagonale Spiel, wie das so schön heißt, wie es ja auch Tuchel immer wieder von seinen Spielern fordert, was ja auch so ein Markenzeichen von Tuchel ist, das erkennt man schon. Aber dann immer, wenn es in Strafraumnähe geht, spätestens wird es problematisch. Und das hat man gegen Hoffenheim erlebt am Wochenende sehr stark, auch in dieser ersten Halbzeit, wo sie ja sehr, sehr viel Ballbesitz hatten, wo man sehr viel außenrum gespielt hat, hin und her. Aber dann eben dieser Weg in den 60er, sei es durch schnelle Kombinationen oder aber über Flanken, der findet momentan nicht statt. Ganz anderes Bild bei den Sky Blues. Die Citizens konnten Arsenal am Wochenende noch mal mehr auf die Pelle rücken. Bei denen läuft es einfach. Die gute Form konnte konserviert werden, ohne dass man jetzt auch die ganz großen Kräfte lässt. Und das hast du als FC Bayern dann natürlich auch total ungerne, wenn der Gegner einfach weiter so im Rausch ist und dann mit so viel Selbstbewusstsein in die Allianz Arena kommt. Also wie groß war da jetzt auch der Respekt schon vor dem Spiel? Was würdest du da meinen? Ich würde schon sagen, das ist schon ein Riesenrespekt, weil du hast ja auch das Hinspiel erlebt. Du hast erlebt, was diese City-Mannschaft kann und dass das eben nicht mehr dieses klassische Guardiola-Barcelona-Bayern-Team ist, das eben nur über Ballbesitz funktioniert, das über Pässe funktioniert, das aber auch manchmal in Schönheit gestorben ist. Diese Mannschaft aus Manchester ist eine Maschine, also eine Mannschaft, die in allen Spielphasen versucht, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken und die auch gar nicht unbedingt diesen Ballbesitz mehr so hundertprozentig braucht. Sie hatten jetzt in beiden Spielen, hatte Bayern mehr Ballbesitz als der Gegner. Das ist ja auch schon mal gegen eine Guardiola-Mannschaft ist das eine ganz, ganz eine Besonderheit. Das passiert relativ selten und da sieht man schon auch, wie City sich gewandelt hat. Und du weißt natürlich als Bayern auch, jeder Konter, jeder Ballverlust kann dazu führen, dass der Gegner jetzt hier das entscheidende Tor schießt und dann bist du raus. Bei den Bayern sind es dann im Vergleich zum Hinspiel zwei Stellschrauben, an denen Tuchel dreht. Also Cipo Muting ist zurück, soll im Sturm mit mehr Wucht agieren. Cancelo vertritt dann auch den im Hinspiel schwachen Davis. Müller fehlt, das hatte Tuchel vor dem Spiel erklärt, als, ja, es ist einfach kein Müller-Spiel. Also die letzten 25 Meter, in denen Müller eben so viel Qualität mitbringt, die waren noch nicht ganz so entscheidend. Ist das dann für dich in der Erklärung, die Sinn ergibt und die beiden wechseln dann auch für dich nur logisch? Ja, für mich auch sehr logisch, die beiden wechseln. Also dass du natürlich, wenn du Tor vorne brauchst, wenn du vorne unbedingt eins treffen willst, dass du den einzigen richtigen Stürmer in deinem Kader bringst, das ist dann fast folgerichtig. Und das ist dann auch die Marschroute, die du dann vorgeben musst. Nämlich, da ging es ja darum, Tore zu schießen und es ging aber auch darum, so ein Stück weit die Balance auch zu halten. Also du wolltest klar offensiv früher raufgehen, du wolltest Gas geben, aber du musstest auch immer gucken, dass die Manchester-Mannschaft nicht sofort den Konter setzen darf, dass sie nicht sofort hinter der Abwehr spielen kann. Und da musstest du eben diese Balance finden. Und da war natürlich auch Cancelo ein ganz wichtiger Mann, der eben für diese Balance steht. Also da die beiden wechseln voll nachvollziehbar. Guardiola hat eben die Möglichkeit, seine Startelf unverändert zu lassen, was natürlich funktioniert hat in den letzten Wochen. Und dennoch, das haben wir gesagt in der ersten Halbzeit zum Beginn des Spiels, haben wir gesagt, es ist wichtig, dass die Bayern, wenn da noch was klappen soll, ein frühes Tor brauchen. Und ich würde nicht sagen, dass es jetzt ein Powerplay war der Bayern, aber es war schon noch die Motivation da. Es war schon noch der Wille da, auch dann vor den eigenen Fans. Und die strahlten immer so eine gewisse Gefahr aus. Also da irgendwie schon eine Verbesserung. Siehst du das ähnlich? Oder hätte man vielleicht noch in der ersten Viertelstunde, 20 Minuten noch ein bisschen offensiver, ein bisschen dynamischer angehen können, die Sache? Ja, also ich finde auf jeden Fall, dass die Bayern da die Oberhand hatten. Sie haben immer wieder es geschafft, im Mittelfeld Bälle zu gewinnen. City musste da im Mittelfeld sehr weit rausrücken. De Bruyne ist immer sehr weit nach rechts rausgerückt. Auch ein Gündoan hat sich sehr weit von seiner Position wegbewegt, sodass die Bayern da ein sehr hohes Übergewicht hatten. Und da auch durch eine sehr kompakte 4-4-2-Grundordnung relativ gute Ballgewinne auch geholt haben. Und dann haben sie nach diesem Ballgewinnen immer wieder versucht, Coman zu finden, der halb rechts da in die Schnittstelle gelaufen ist, der immer versucht hat, auch gegen Ake ins Duell zu kommen. Und auch das hat, finde ich, ganz gut funktioniert. Also das waren so zwei Schlüssel, wo du gemerkt hast, die haben sich was gedacht. Und die haben auch dann wirklich diese dynamischen Angriffe, die wir ja sehen wollen von den Bayern, haben sie auch auf den Rasen bekommen. Aber, und da sind wir dann wieder bei diesem Thema Effizienz, aber auch Torgefährlichkeit, das ist dann immer ganz schön gewesen bis ins letzte Drittel. Und dann lief man auf die Viererkette zu und da hatte man das Gefühl, na, und was jetzt? Und was jetzt? Kommt jetzt die Flanke nahe nicht wirklich? Kommt jetzt der Pass ins Zentrum? Ja, auch nicht so richtig. Da hat dann auch kein Spieler sich zunächst getraut zu schießen aus der zweiten Reihe. Das kam ja dann erst mit der Zeit. Also da hat dann schon, du hast gemerkt, okay, sie haben taktische Vorteile, sie sind auch kampfstark, sie sind auch richtig dynamisch im Spiel, aber im letzten Drittel total torungefährlich. Habe ich mir auch notiert, weil wir dann natürlich das im Strafraum dann einfach nicht die Aktionen da waren, die man sich erhofft hätte. Wir haben die Flügel viel angesprochen, auch ein Coman, der immer wieder das Dribbling gesucht hat. Die Mittelfeldspieler, also gerade um Kimmich, die es eigentlich so gut können, auch mal Chipbälle zu spielen, die Kette da vielleicht ein bisschen rauszulocken oder zu überspielen, hätte man das vielleicht noch ein bisschen mehr suchen können, gerade gegen den City, was aufmerksam ist. Aber ja, die schnellen Bayern-Spieler natürlich, man auch so meinte, suchen können. Ja, ich bin mir da gar nicht sicher, ob City das nicht auch ein Stück weit einkalkuliert hat. Ich hatte schon das Gefühl, dass City sich da sehr wohl fühlt in diesem Spiel, obwohl die Bayern doch relativ häufig in die Nähe des Gegnerstrafraums gekommen sind. Aber sie haben dann eben dort dann zwei Viererreihen aufgebaut, sie haben eben dort dann die Zweikämpfe auch gesucht, sie haben eben dann auch dort auch geschaut, dass die Bayern dann eben kein Tempo mehr in den Strafraum reinbekommen. Also sie haben sich da ja auch mit ihrer Verteidigung, wenn die Bayern mal durchgebrochen waren, sehr tief positioniert für eine City-Mannschaft. Und das war, glaube ich, auch so ein Schlüssel, dass sie das Tempo gar nicht zugelassen haben der Bayern im letzten Drittel. Und die Bayern dann eben andere Wege hätten finden müssen. Und die Flanken kamen nicht und die Schüsse aus der zweiten Reihe kamen zunächst auch nicht, sodass da eben kaum Optionen waren. Schiedsrichter Clement Tepin hat in der ersten Halbzeit relativ viel zu tun und ja eben auch die Hände voll zu tun. Das ist eine passende Überleitung zur Elfmeterszene, in der Upabinkano dann den Ball mit dem Arm, mit dem Ellenbogen abfälscht. Mich würde einfach mal interessieren, aus der Kalten raus, wie siehst du die Szene? Und auch wenn das jetzt das Spiel noch nicht auf den Kopf gestellt hat, sag ich mal, oder weiter in die Bahn gelenkt hat, ja doch irgendwie eine Szene, an der man sich auch viel auffängen konnte. Ja, ist natürlich, da kann man auch nur allen Experten, die da schon so sich geäußert haben, zustimmen, ist eine lächerliche Elfmeter. Es ist vielleicht regeltechnisch korrekt. Man sieht ja auch, wie Upabinkano die Hände hinter dem Rücken verschränken will und sich dann so reindreht, dass der Ball an die Hand geht. Aber man muss natürlich sagen, der ändert die Flugrichtung kaum. Er verhindert damit keine größere Torchance. Es ist nicht so, dass das in irgendeiner Weise das Spiel beeinträchtigt und auch in irgendeiner Weise absichtlich geschieht und er sich dadurch einen Vorteil verschafft. Und für sowas dann so eine harte Strafe wie den Elfmeter zu geben, das ist ja auch schon tausendmal diskutiert worden. Das ist viel zu heftig. Da steht die Strafe in überhaupt gar keinem Verhältnis zur Bestrafung, also zu dem, was bestraft wird. Also Bestrafung steht in gar keinem Verhältnis zu dem Verbrechen. Und ja, also es war wirklich ein Handelfmeter. Ja, kannst du sagen, in der UEFA, in der Champions League wird er immer gepfiffen. Aber trotzdem ist das für mich kein Handelfmeter. Sollte eigentlich kein Handelfmeter sein. Alle wünschen sich ja immer eine Neuauslegung der Handregel, Handspielregel. Aber mit solchen Pfiffen, da kommst du doch gar nicht raus aus dieser ganzen Gemengelage. Also wäre das vielleicht auch mal eine Möglichkeit gewesen, einfach nicht zu pfeifen und das im Nachhinein zu erklären als, okay, wir wollen das vielleicht in eine andere Richtung leiten. Oder kann Terpon dann auch, hat ja gar nicht so viel Spielraum, weil es einfach die Regularien gibt. Obwohl es so eine Gelegenheit wäre, das Fleisch mal ein bisschen anzupacken. Ja, wir haben ja auch von der UEFA in der Champions League schon mehrere Elfmeter in diese Richtung gesehen. Also ich würde da jetzt den Schiedsrichter tatsächlich ein bisschen weit rausnehmen, weil man hat schon das Gefühl, dass in der UEFA, gerade in dieser Champions League-Saison, die Devise herrscht, lieber ein Handelfmeter zu viel als zu wenig. Und man hat ja dann auch gesehen, da kommen wir später zu, aber es kam ja noch ein Handelfmeter und der gab dann mit dem VAR. Also es war dann gar nicht mehr der Schiedsrichter, der den gepfiffen hat, sondern der VAR, der gesagt hat, ey, den musst du jetzt auch pfeifen. Und dann merkt man schon, okay, da ist nicht nur eine Schiedsrichterfehlentscheidung vorliegend, sondern da ist eine größere Linie, die gezogen wird von der UEFA. Und diese Linie, die muss man vielleicht hinterfragen. Bevor das dann aber zu einem Trainingsspiel wird, zu einem Auslaufen, ballert den Haaland den Elfmeter darüber. Und es bleibt zumindest beim 0-3 aus Münchner Sicht. Das heißt, okay, der Elfmeter hat sich vielleicht in dem Sinne auch nicht so sehr gerecht für die Bayern. Und dann bleiben die Münchner zumindest Rande mit Coman dann auch nochmal zu einer guten Möglichkeit. Der hat auch immer mal die Flügel gewechselt, kam mir das nur so vor? Oder war zumindest rechts und links auch mal aktiv? Und ja, kam dann eben über die linke Bahn durch den vertikalen Pass auch mal zur Chance? Genau, also die Bayern haben ja da überhaupt relativ flexibel gespielt, finde ich. Auch in Chubo-Moting ist immer wieder ausgewichen. Sie haben dann immer wieder geguckt, okay, wo sind jetzt die Räume da? Welche Schnittstelle können wir starten? Und dann eben immer diese Schnittstelle, Innenverteidiger, Außenverteidiger angegriffen. Das war schon sehr, sehr auffällig, dass sie das häufig versucht haben. Und dann war es dann auch egal, ob dann Sané, Coman, links, rechts. Da war Hauptsache, sie können dann in das Tempo reingehen und dann eben schnell in die Kette kommen. Ja, dann haben wir aber schon die Halbzeit und einfach mal die Situation erfragt. Also wenn du jetzt in der Liga mit 10, 12 Punkten führst, sagst du, okay, da ist alles unter Kontrolle. Wenn es in den anderen Mitbewerben eigentlich gut läuft, wenn die Stimmung in der Mannschaft gut ist, dann kannst du sagen, okay, das 0-3, das bringen wir irgendwie über die Zeit. Aber in der Situation, was denkst du, hat sich Tuchel erhofft? Oder was erhoffen sich die Fans in der Situation, obwohl du eigentlich weißt, es geht weiter wenig gegen City. Aber hast du dir erhofft, dass da noch mal ein bisschen mehr der Funken überspringt, was die Bayern dann vielleicht versucht haben? Aber ja, dass es am Ende auch nicht ganz so rüberkam, wie das der Wunsch war vielleicht. Ja, es ist ganz schwierig. Ich tue mich auch ganz schwer mit der Bewertung dieses Spiels und gerade auch dieser ersten Halbzeit. Weil du kannst es wirklich sehr positiv für die Bayern sagen. Du kannst sagen, hey, guck dir an, was für eine Saison City spielt, in was für einer Form die aktuell sind. Wie wenig Chancen die gegen andere Gegner zulassen, wie die andere Gegner an die Wand spielen. Und da muss man sagen, die Bayern haben da schon relativ viele Chancen sich auch erarbeitet. Und dann muss man auch die Frage stellen, wie weit kann man da noch Tuche für verantwortlich machen, wenn die Bayern eben in beste Schussgelegenheiten kommen, wie zum Beispiel Sané in der ersten Halbzeit. Und das auch aus einer taktischen Maßgabe heraus. Ballgewinn im Mittelfeld, dann der diagonale einleitende Pass, wo du ja wirklich merkst, okay, das hat der Trainer vorgegeben. Aber die Spieler machen die Chancen dann nicht. Und das hattest du halt sehr, sehr häufig in diesem Spiel. Die Bayern haben sehr torungefährlich gewirkt. Und das ist dann wieder eher eine Frage der Kaderplanung, würde ich tatsächlich mittlerweile sagen. Weil Chubo Muting hat nicht 100 Prozent fit gewirkt in diesem Spiel. Und dann hast du eben keinen Ersatz, der da vorne in irgendeiner Weise torgefährlich werden kann. Und ich glaube, da kannst du als Trainer dann nicht unendlich viel machen, gerade weil die Mannschaft auch gut spielt. Ich habe auch verstanden, warum Tuchel nicht sofort gewechselt hat, sondern erst mal gesagt hat, hey, macht weiter, ihr macht das gut, ihr kommt zu euren Chancen, vielleicht kriegt ihr ja noch das Tor hin. Also für mich da ganz schwer dann zu sagen im Nachhinein, hey, da hätte jetzt Tuchel das und das machen können oder hier die und die Euphorie entfachen können. Ist natürlich ganz schwierig, weil die auch alle wissen, hey, wir liegen jetzt 3-0 hinten, wir haben nur noch 45 Minuten und City kann mit einem Konter und sofort das Ganze töten. Also schwierig. Die Hypothek aus dem Hinspiel war natürlich eben groß und wenn das jetzt ein oder zwei Tore sind, dann hast du trotzdem die ganze Zeit das Gefühl, gerade in dem Spiel gestern, dass da noch was geht. So war es einfach der eine Treffer zu viel und es wurde dann noch einer mehr, der aufzuholen war. Nachdem Coman wieder als Aktivposten fand ich das sehr gut gemacht hat. In der Mitte dann, wir haben es so oft erwähnt, dann aber der entscheidende Fuß fehlt, der auch mal reingestellt wird und ja, den Ball dann im Tor unterbringt und im Anschluss an die wirklich gute Gelegenheit kontert sich City eben zur Entscheidung. Es ist dann Haaland, der jetzt eiskalt ist. Upamecano rutscht dabei weg, auch nicht nur sein Verschulden, aber viel schlimmer hätten die beiden Paarungen, glaube ich, für ihn nicht laufen können. Jetzt den Elfmeter verschuldet vom Gegentor weggerutscht. Also das war wirklich eine rahmenschwarze Zwei-Duelle für ihn. Ja, wenn man das natürlich sehr populistisch formulieren möchte, dann könnte man sagen, es hätte ein einfacher Spielertausch gereicht, um halt das Ganze anders ausgehen lassen zu können. Und zwar, wenn Upamecano auf Seiten von City gespielt hätte und Haaland auf Seiten von Bayern. Weil ich glaube, die Unterschiede waren nicht so riesig in diesen zwei Spielen. Und gerade jetzt in diesem zweiten Spiel hatten die Bayern ihre Chancen. Und City hat ja auch sehr untypisch gespielt halt. Wie gesagt, sehr wenig Ballbesitz. Immer wieder den Bayern auch Ballbesitzphasen überlassen. Immer wieder versucht, sehr vertikal zu spielen, gar nicht irgendwie groß in die Ballzirkulation reinzukommen. Und dann ist halt, wenn du da so ein Haaland vorne drin hast, dann muss man jetzt auch nochmal das Loblied singen. Das ist halt so eine Wunderwaffe. Der ist nicht zu sehen über 80, 85 Minuten. Aber dann in diesen entscheidenden Situationen ist er eben da, macht seine Tore. Und das hat jetzt auch nochmal dafür zugeführt, dass diese City-Mannschaft sehr viel rationaler spielt, auch sehr viel kaltblütiger spielt und sich nicht an ihren Pässen ergötzt, sondern eben guckt, wie kommen wir in den Strafraum rein, dass Haaland da eben uns das Ding reinmachen kann. Nur eine Frage nebenbei. Ist er für dich aktuell der beste Spieler der Welt? Gerade eben durch die Sachen, die er dann innerhalb der 90 Minuten einfach anstellt? Ja, mein guter Freund Lukas Tank, der macht ja immer nach seiner Saison immer so die Nachbetrachtung und stellt dann seine Mannschaft der Saison auf und den Spieler der Saison. Und er meint auch, diese Saison tut er sich noch schwer damit, weil du eigentlich müsstest du Haaland nehmen. Aber Haaland ist halt ein Spieler, der macht eben nicht viel mehr anders, als die Tore schießen. Und du könntest natürlich auch argumentieren, dass Kevin De Bruyne für seine Wichtigkeit und für die Pässe, die er auch spielt bei City, dass der auch eine herausragende Saison spielt und dafür prädestiniert ist. Aber bei Haaland muss man halt sagen, er hat halt eine Aufgabe, das Tore schießen und die erfüllt er sowas von diese Saison. Also da muss man schon ganz klar sagen, das ist der herausragende Spieler momentan in Europa. Und der hat jetzt noch ein paar Spiele Zeit, das nochmal zu unterstreichen. Was wir einfach festhalten können, ist, dass diese Mannschaft so gut aufgestellt ist, ineinander greift, was sich die Bayern eben wünschen würden. Und das Team ist allerdings auch, was lernen kann, was Lerneffekte mitbringt. Du hast schon gemeint, unter Guardiola hat man das jetzt nicht immer gesehen, aber die schaffen es dann eben auch mal eine Führung zu verteidigen, sage ich mal. Natürlich eben nicht nur das 0-1, das hat am Ende nicht ganz geklappt, das 1-0, das hat am Ende nicht ganz geklappt, aber allgemein die ganze Führung. Das zeigen auch 18 klare Klärungsaktionen. Also wird auch einfach mal der Ball rausgehauen, nicht rauskombiniert. Ist das für dich einfach nochmal eine klare Weiterentwicklung in der Mannschaft, vielleicht auch im Vergleich zu den vergangenen Jahren, was sie dann auch zu einem der größten Titelkandidaten macht? Ja, auf jeden Fall. Also man hat schon das Gefühl, dass da noch eine neue Seriosität da ist. Also du hast gerade diese 18 Klärungsversuche angesprochen. Auch im Hinspiel hatten sie auch den neuen Champions League-Rekord aufgestellt für eroberte Bälle in der gegnerischen Hälfte, was ja auch noch dafür steht, klar, Pressing war schon immer so eine Sache, die wichtig war, aber in dieser Form halt so eine Pressing-Maschine da vorne aufzustellen, dass man den Bayern so viele Bälle wegnimmt, das ist auch schon aller Ehren wert. Und das ist ja auch schon was, was man jetzt nicht unbedingt mit Guardiola assoziiert. Aber diese Mannschaft hat sich eben da in diesem Hinblick weiterentwickelt. Guardiola ist auch so ein Stück weit britischer geworden halt so, was eben, die sind jetzt keine Kick-and-Rush-Mannschaft, das will ich nicht sagen, aber eben in der Vertikalität, in der Art, wie sie eben Konter auch ausspielen und dann eben nicht, wie Tuchel es gerne hätte, diagonal, sondern eben vertikal. Da hast du schon deutlich gemerkt, das ist eine Weiterentwicklung. Und da bin ich jetzt sehr gespannt auf die nächsten Spiele von City, jetzt gegen Real Madrid, ob sie da auch im Kopf eben diese Weiterentwicklung geschafft haben, weil sie sind ja auch letztes Jahr nicht ausgeschieden, weil sie schlechter waren als der Gegner, sondern eben, weil sie in den entscheidenden Momenten dann zusammengebrochen sind. In der Allianz-Arena hat die entscheidende Spannung dann gefehlt. Auch durch die Wechsel kam dann einfach ja nicht mehr ganz der Fluss rein. Trotzdem belohnen sich die Bayern nochmal, holen den Elfmeter raus mit dem Handspiel. Ja, okay, wir hatten es lieber den einen Handelfmeter mehr als zu wenig durch den VEA dann. Und aus der Perspektive hat es mich dann schon, sag ich mal, gefreut für die Bayern, dass du aus diesen zwei Spielen, in denen du auch viel investiert hast, in denen du viel richtig gemacht hast, zumindest mit dem Tor rausgehst und dass es ja vielleicht nochmal ein bisschen gutes Gefühl gibt. Siehst du das ähnlich? Ja, auf jeden Fall. Es wäre auch, muss man auch jetzt ganz ehrlich sein, nicht verdient gewesen, wenn sie da ohne Tor rausgehen, wenn das City das Ding auch noch gewinnt. Weil die Bayern waren schon das Team mit mehr Spielanteilen und das Team auch mit mehr Abschlüssen. Aber man kann auch ganz genau sagen, was ist jetzt der Punkt, wo man ansetzen muss, um eben im kommenden Jahr konkurrenzfähig zu sein in der Champions League. Und das ist die Torgefahr. Weil in diesen zwei Spielen gegen City hat diese Torgefahr ganz klar gefehlt. City hat sich auch sehr wohl damit gefühlt, sich vom Tempo der Bayern überrollen zu lassen und dann am eigenen Sechzehner zu warten, weil sie wussten, da passiert nicht mehr so endlich viel. Und dieser Abgang von Lewandowski wurde unter Nagelsmann eben mit einer sehr risikohaften Spielweise kompensiert, dass man eben sehr viele Spieler in den Strafraum näher gebracht hat. Das möchte Tuchel jetzt nicht mehr. Und dann muss man aber eben vorne die Qualität der Spieler, die in und um den Strafraum stehen, erhöhen. Und gerade erhöhen, was den Torabschluss angeht. Und dann ist natürlich der Transfer eines Stürmers unerlässlich. Ja, das sind die Folgen, auf die wir dann blicken. Für das Spiel noch selbst weitestgehend irrelevant. Aber musste Thomas Tuchel dann ja zu allem Trotz dann auch noch auf die Tribüne. Es ist, ja, wie gesagt, für den Spielfluss nicht mehr entscheidend gewesen. Aber wie blank liegen die Nerven jetzt auch bei ihm? Der Druck ist natürlich wahnsinnig. Auch wenn du weißt, in dem Spiel gestern gab es nicht mehr viel zu gewinnen, nicht mehr viel zu holen. Aber es ist schon, glaube ich, eine sehr schwere Situation für ihn, der schon viel mitgemacht hat, aber so vielleicht diesen Druck noch nicht hat in der Karriere. Ja, und ich glaube auch, du hast deutlich gemerkt, dass er sich auch ein bisschen mehr erhofft hatte von diesem Spiel. Er hat auch sich sehr schnell auf den Schiedsrichter eingeschossen, was ja auch so eine Art von Tuchel manchmal sein kann. Er hat nach dem Spiel gesagt, Schiedsrichter Note 6. Ich fand den Schiedsrichter auch nicht gut, auch sehr unglücklich in manchen Entscheidungen. Aber jetzt Note 6 fand ich auch ein bisschen übertrieben und man kann es jetzt auch nicht auf den Schiedsrichter schieben, dass die Bayern ausgeschieden sind. Da muss man auch ganz klar sagen, dafür waren sie zu fehleranfällig in beiden Spielen. Aber ja, er merkt den Druck. Er weiß auch, dass er eigentlich gekommen ist, um eben drei Titel irgendwie zu sichern, vielleicht aber zumindest es zu schaffen, bei diesen drei Titeln noch länger mitzuspielen. Und er hat jetzt bis auf das Dortmund-Spiel eigentlich alle wichtigen Spiele verloren. Also da weiß er schon, dass da ein gewisser Druck auf ihn aufgebaut wird und das merkst du dann auch. Und das lässt er dann eben, so wie Tuchel halt eben ist, als Kritiker des Schiedsrichters raus und nicht als Kritiker seiner Mannschaft, die er danach sehr doll gelobt hat. Aber der Druck ist da, der Druck ist real. Er hat die Mannschaft trotzdem gelobt. Eine Personalie, aber Nabry, der kam nicht mehr ins Spiel. War das jetzt so der Rotation oder schonung geschuldet? Oder denkst du, es war zumindest so ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl, dass die aktuellen Leistungen einfach nicht gut genug sind und dann eher nochmal ein Tell oder ein Stanisic die Minuten bekommt? Du kannst es bei manchen Spielern natürlich erklären. Du kannst sagen, ey, wir liegen hier jetzt hinten, wir brauchen ein Tell, wir brauchen ein Mané, wir müssen irgendwie ein Tor erzwingen. Ich muss jeden Spieler reinbringen, der jetzt erstmal Torgefahr, auch nur, wenn nur ein ganz kleines Mühe uns bringt. Aber natürlich, klar, Nabry wäre dann danach eine logische Option gewesen. Aber er hat in den vergangenen Spielen wirklich nicht gut gespielt. Auch häufig in dieser Stürmerposition, die nicht 100% zu ihm passt, wo er auch nicht 100%ig diese Torgefahr bringt, die er vielleicht bringen könnte, die vielleicht auch Tuchel sich von ihm erhofft hätte. Und dass da jetzt mit Tuchel die Geduld zu Ende gewesen ist in diesem wichtigen Spiel, das verstehe ich schon. Weil Nabry hat ja nicht erst in den vergangenen Wochen schlechte Leistungen gezeigt, sondern der ist jetzt schon länger an der Formkrise. Und da muss er noch die richtige Position finden in diesem 4-2-3-1 von Tuchel momentan existiert, die noch nicht so richtig. Ja, wir haben uns nicht so viel mit dem Spiel beschäftigt, weil wir eben noch ein, zwei Themen auf der Agenda haben. Und eines davon ist für mich auch noch die Reaktion der Fans, auch zwischendurch teilweise, die sich zu Wort gemeldet hatten durch ihr Banner. Und ja, die Führungsetage in die Verantwortung nehmen, auch mal was zu hinterfragen. Oder ja, sich das vielleicht nicht so sehr gefallen lassen. Siehst du ganz klar schon eben Kahn und vor allem Salihamidzic gerade in der Verantwortung, dass die, sage ich mal, für die Krise jetzt, die nicht eingelettet haben, aber schon wesentlich auch Entscheidungen falsch getroffen haben, gerade jetzt mit dem Trainerwechsel vielleicht? Ja, das ist natürlich im Nachhinein überhaupt nicht mehr zu bewerten. Wir werden nie erfahren, wie Nagelsmann diese Spiele absolviert hätte. Es wird auch an Nagelsmann wahrscheinlich erst mal sehr stark wurmen. Die Frage, was wäre, wenn, was wäre passiert, wenn ich das hier hätte machen dürfen? Aber man muss jetzt ganz klar konstatieren, also dieser kurzfristige Hoffte-Effekt von diesem Trainerwechsel ist ausgeblieben. Die Mannschaft hat jetzt gegen City zwei gute Spiele gemacht, aber auch keinen überragend guten. Sie haben in der Bundesliga keine guten Spiele gezeigt, bis auf das Dortmund-Spiel. Und sie haben auch im Pokal kein gutes Spiel gezeigt. Also da muss man ganz klar sagen, es braucht länger Zeit. Und da kann man im Nachhinein schon hinterfragen, hey, war es jetzt wirklich notwendig, Nagelsmann auch so sehr kaltblütig vor die Tür zu setzen? Das war ja das, was die Fans auch mit ihrem Plakat moniert haben, dass man Vereinswerte damit so hinten angestellt hätte für den kurzfristigen Erfolg. Ihr Slogan war ja, man kann Ziele, Ziele können nicht erreicht werden, aber man sollte immer noch die Vereinswerte im Blick haben. Und ja, da müssen sich Sadia Mitcic und Kahn für verantworten. Und dieser Trainerwechsel muss man aber dann auch mittelfristig bewerten. Also ich denke, man muss jetzt Tuchel ein bisschen mehr Zeit geben, auch seine Ideen umzusetzen. Und dann kann er auch noch zeigen, dass er ein Top, Top, Top Trainer ist und dass er diese Mannschaft erreicht. Aber diese kurzfristigen hofften Ziele, die hat man nicht erreicht. Und man hat Nagelsmann eben auf dem Altar geopfert in der Hoffnung für diese kurzfristigen Ziele. Und da ist die Kritik der Fans, die sagen, hey, wir sollten doch ein Verein, mir sagen mir, Werte, wir hängen an unseren Spielern, Trainern. Da sollten wir eigentlich anders sein. Das verstehe ich schon. Ja, und die Münchner könnten natürlich so richtig tief reinrutschen, wenn es jetzt beim sehr schwierigen Auswärtsspiel gegen Mainz schieflaufen sollte. Das ist eine sehr große Aufgabe, finde ich. Und ja, wenn sich Dortmund ein bisschen besser anschauen würde, das ist auch ein ganz anderes Thema, aber dann werden die Bayern vielleicht schon ein bisschen abgeschlagen. Du musst dieses Spiel gewinnen, oder? Um mal ein bisschen Ruhe reinzubekommen, um einfach zu zeigen, okay, wir sind da. Weil wenn du jetzt hier wieder mit einem sehr knappen Spiel vielleicht auch nur mit einem Punkt rausgehst, dann wird es wirklich richtig kritisch. Also historisch gesehen war es eigentlich immer der schlimmste Zeitpunkt, auf die Bayern zu treffen, wenn sie aus der Champions League ausgeschieden sind. Weil sie dann mit Wut im Bauch anreisen und sich dann wirklich aus dem Stadion schießen. Das kannst du in den letzten Jahren sehr gut nachvollziehen, was sie da dann teilweise für Ergebnisse in den ein, zwei, drei Wochen danach erzielt haben. Aber diese Bayern-Mannschaft ist so unberechenbar. Diese Bayern-Mannschaft, da hat man auch das Gefühl, die ist sich nicht eins, die ist nicht wirklich von der Mentalität her auf dem Niveau der vergangenen Jahre, dass sie eben wie einen Zug über die Bundesliga drüber rollen. Dementsprechend kann da alles passieren. Aber ja, die Bayern müssen das Ding gewinnen und müssen auch jetzt nicht gerade einen 1-0-Nuschel-Sieg daraus holen, um eben Dortmund auf Abstand zu halten, aber auch um Ruhe reinzubekommen. Dass viel Geld alleine nicht ausreicht, um die Champions League zu gewinnen, das haben wir dann auch gesehen unter der Woche oder in den letzten Wochen. Wir wollen natürlich noch mal einen kleinen Blick auf die anderen Spiele werfen. Und da haben wir zum Start den FC Chelsea gegen Real Madrid. Wieder ein 2-0 für die Königlichen. Am Ende steht es da 4-0 insgesamt. Zu dem Spiel gestern hatte ich das Gefühl, dass die Königlichen so aus weniger mehr machen, als vielleicht andere Teams das schaffen und das auch zu einer gewissen Qualität reifen lassen haben. Und unterm Strich einfach in beiden Partien hast du gesehen, Real Madrid ist da, wenn sie gebraucht werden. Und ja, die drehen diese Spiele auch. Ja, also ganz, ganz klar. Das war wieder Real Madrid, wie wir es kennen. Auch von der Effizienz her in diesem zweiten Spiel. Aber auch von der Abgebrühtheit, auch von der defensiven Stabilität, die sie grundsätzlich mitbringen, haben ja auch dann zwischendurch wirklich gesagt, Chelsea, ihr macht mal. Und sie wussten aber auch, dass Chelsea daraus nichts kreieren kann. Weil diese Mannschaft natürlich nach dieser Saison völlig frei von jeglicher fußballerischer Idee ist. Also die Trainerwechsel haben da ja schon gezeigt, wie viel da am Argen liegt. Zu viel Geld ausgegeben, dann Tucheln lassen, dann Potter entlassen. Da gibt es überhaupt keine klare Linie mehr. Und Lampa, das ist jetzt irgendwie das arme Schwein, das da noch irgendwas retten soll, was nicht mehr zu retten ist. Also da hast du schon deutlich gemerkt, dass es eher ein schwaches Chelsea war als ein überragendes Real Madrid, das da den Unterschied gemacht hat. Und ja, in dieser Form ist Chelsea kein Gegner für Real. Eine Meinung von dir eben als Experte, die mich sehr interessiert, ist, wie du Toni Kroos siehst. Also jetzt auch langsam im Herbst seine Karriere. Er hat ja auch immer mal wieder Gegenwind bekommen oder Kritik, die ich auch nie so wirklich verstanden habe, weil ich hier denke, dass er zumindest auch taktisch und fußballerisch auf einem extrem hohen Niveau unterwegs ist seit vielen Jahren. Und der Erfolg gibt ihm natürlich recht. Also so richtig rauszudenken aus dieser Mannschaft ist auch gar nicht, oder? Ja, ich bin da der falsche Ansprechpartner, weil ich ein großer Toni Kroos-Fanboy bin. Wenn man jetzt mal die jüngsten Auftritte in der Nationalmannschaft von ihm, dann wäre der WM 2018 und aber auch die Jahre davor so ein bisschen ausklammert. Aber grundsätzlich bei Real Madrid ist er überragender Fußballer. Und er zeigt jetzt ja auch nochmal, dass er eben nicht nur Querpass-Toni ist. Das ist ja schon dieses Meme, was eigentlich schon seit Jahren Quatsch ist. Aber er hat ja auch nochmal seit dem Abgang von Casemiro defensiv draufgelegt. Er schließt da ja viel stärker Lücken. Er ist da auch viel engagierter am Pressing, gewinnt mehr Bälle, auch weil natürlich mit Casemiro da dieser Magnet im Spiel gegen den Ball für Bälle weg ist. Da hat er sich nochmal riesig gesteigert auf dem Herbst seiner Karriere. Und der hat, habe ich das Gefühl, so richtig Bock, noch einen Titel da zu gewinnen und nochmal eben diesen Champions League-Pokal in die Luft zu recken, den er schon so häufig in die Luft gereckt hat. Also überragender Fußballer und jetzt auch wieder überragende Formen und überragende Spiele. Auf dem Weg zum Titel wartet jetzt aber City. Das ist auch in gewisser Weise eine Neuauflage zum letzten Jahr mit Rodrigo, der da City rausgekickelt hat oder, sag ich mal, die Träume veraltelt hat. Ist auch wieder einer in Topform, der jetzt vielleicht auch nicht ganz immer den Namen hat in dieser Mannschaft, aber in den wichtigen Spielen auch unglaublich wichtig ist. Und ja, was erwartest du denn dann bei diesen beiden Duellen, wo man wirklich sagen kann, das ist auf Augenhöhe und das ist eigentlich ein Ergebnis, kaum auszudenken jetzt schon. Ja, ich tue mich da sehr schwer. Also natürlich hat Real eine Stärke, die die Bayern nicht haben und das ist Effizienz. Und wenn die City jetzt dieselben Torchancen und dieselben Kontermöglichkeiten zulassen würde, wie gegen die Bayern, jetzt auch gegen Real, Real wird die machen. Also Benzema wird daraus drei Tore schießen und dann wird noch Vini eins schießen und Rodrigo, wie du gerade gesagt hast, der schießt dann auch noch zwei. Also da müssen sie defensiv besser drauf sein. Da bin ich mir aber auch sicher, dass City ein bisschen anders die Spiele angehen wird und eben diese Tempogegenstöße nicht so stark aufkommen lassen wird, dass sie da eben genauer darauf achten werden, dass der Ball zu Vini nicht rausgehen darf. Und Real ist dafür defensiv nicht ganz auf diesem hohen, kompakten Niveau, wie es jetzt die Bayern waren in diesen beiden Spielen. Das waren die Bayern ja eigentlich auch, die waren über lange Zeit hinweg, haben sie ein gutes Pressing gespielt und City eben sehr weit vom eigenen Tor weggehalten. Da kann ich mir schon vorstellen, dass wir wieder so eher so ein klassisches City 60 Prozent Ballbesitzspiel und Real zieht sich dann eher weit zurück erleben werden. Und das könnte dann City auch ganz gut liegen. Da wird es ja wieder darauf ankommen, eben auf diese weichen Faktoren, weil, kann man auch noch mal wiederholen, bei diesem berühmten Champions League aus dem Halbfinale, da war Real nicht besser als City. Sie waren halt dann ab der 90. Minute besser. Und da muss City darauf achten, dass sie eben mit dem Kopf her diesmal besser dabei sind. Für unsere England-Fans, was machen wir denn jetzt mit den Blues, bei denen im Sommer im schlimmsten Fall viel Tafelsilber verramscht werden muss, um mal irgendwie auch die Finanzen wieder in den Griff zu bekommen, auch wir uns trotzdem weiter auf Einkäufe vorbereiten können. Es wartet große Aufarbeitung, weil das jetzt, glaube ich, Spiele waren, die von dieser Saison so ein bisschen abgelenkt haben, das ein bisschen touchiert haben. Aber auf diesem Niveau, wie das über die letzten Jahre der Fall war, wird man uns wahrscheinlich, ja, Chelsea noch nicht so sehen in nächster Zeit, oder? Nee, auf keinen Fall. Also das braucht jetzt erstmal eine längere Arbeit. Man hat für Fehlgeld Spieler gekauft, aber auch überhaupt nicht darauf geachtet, ob die irgendwie zusammenpassen. Überhaupt nicht. Dann bedacht, dass irgendjemand die Chancen vorne auch reinmachen muss. Auch gar nicht bedacht, dass man auch einen defensiven Spielplan haben muss. Also da haben die neuen Besitzer einfach Geld rausgeschmissen, muss man so ganz ehrlich sagen. Teilweise für Spieler, die sich dann gegenseitig im Weg stehen. Da muss man jetzt aufräumen im Sommer und dann muss man einen Trainer finden, der daraus wieder eine gemeinschaftliche Idee entwickelt. Und das dauert dann wieder zwei, drei Jahre. Ich bin sehr gespannt, ob zum Beispiel Nagelsmann dann käme. Das wäre ein sehr interessanter Mann, eben für so eine Aufgabe da was zu entwickeln. Aber ich würde jetzt nicht damit rechnen, dass die im nächsten Jahr um den Premier League-Titel mitspielen. Schauen wir nach Italien zu zwei großen und historischen Klubs. Das von uns so hochgelobte Neapel hat es eben nicht geschafft, die traumhafte Reise zu veredeln und verlor insgesamt dann 1 zu 2 gegen die Rossoneri, die Mailänder. Napoli tat sich in den vergangenen Wochen schon schwerer, als es zum Start oder ja zur Mitte der Saison war und hatte nicht mehr so die Leichtigkeit. Am Ende trotzdem überraschend, dass sich da Mailand in den beiden Spielen durchsetzt, auch wenn es jetzt vielleicht spielerisch nicht ganz reicht oder Napoli da schon Vorteile hatte. Ja, also Napoli hatte schon Vorteile in den beiden Spielen, hatten auch deutlich mehr Ballbesitz jetzt im Rückspiel vor allem stand Milan sehr, sehr tief, haben sich wirklich an den eigenen Strafraum gestellt, teilweise in den eigenen Strafraum und haben gesagt, Eci Batsch, macht ihr mal Napoli und das ist noch am ehesten nach Heldesferse von Napoli in dieser Saison. Man hat es auch gemerkt, so ein bisschen ist auch dieser Drive der vergangenen Monate ist weg bei Napoli, die Form ist auch weg, sie konnten das nicht ganz konservieren. Natürlich, klar, Ozy Mann im Hinspiel fehlte, im Rückspiel ist er angeschlagen, dann fehlte halt eben vorne dein Targetman, du musst eben noch häufiger ins Trippling gehen auf den Flügeln und Quara Scalia hatte auch nicht mehr diese überragende Form. Also da waren schon einzelne Dinge, die nicht mehr so gut waren, aber man muss auch Milan nicht schlechter reden. Also sie haben sehr gut verteidigt, haben sehr gute Konter gesetzt, haben da auch sehr viel Tempo mitgebracht im Spiel nach vorne und das ist, glaube ich, auch ein Schlüssel gewesen, warum sie weitergekommen sind jetzt. Da warten wir, jetzt warte ich ein sehr starkes Milan im Halbfinale. Ja, bei Neapel haben wir natürlich auch immer über die großen Individualisten gesprochen, die im Team so blendend funktionieren. Den haben wir bei Mailand auch in Paradeform, also Raphael Leao, auch wie er das Tor für Giroud vorbereitet. Das lässt sich für ihn genauso sagen, kann man jetzt polemisch sagen, da macht Chelsea schon den Geldkoffer auf, weil ich kann mir schon vorstellen, dass wir den vielleicht auch ab Sommer auf der Insel sehen, weil das ist natürlich jetzt auch in seiner Phase der Karriere ein wahnsinnig guter und ausgereifter Spieler. Ja, vor allen Dingen, sie müssen ihn im Sommer verkaufen, weil sein Vertrag läuft aus, wenn sie noch Geld haben wollen. Ich glaube nicht, dass er noch verlängert, also der wird natürlich für viel Geld gehen, ja. Ja, die Führung für Milan bringt dann nochmal ein bisschen mehr Sicherheit. Den Willen kann man in Neapel nicht absprechen, sind dann eben, wie du sagst, 74 Prozent Ballbesitz, aber es fehlt dann einfach so ein bisschen der Killer-Instinkt, auch weil Milan das gut macht, nach italienischer Schule ganze 45 Klärungsaktionen, also alle zwei Minuten einen Ball rausgeklopft, kann man schon so sagen und der Ausgleich kommt dann am Ende zu spät. Aber so eine Sache, die mir weiter auffällt, auch zu dem Spiel gleich, es sind immer wieder die Stürmer in den italienischen Teams. Sie haben Uzi Mennen als so wichtigen Spieler, auch Giroud im hohen Alter mit dieser Erfahrung. Was macht eben dieses italienische Spiel so ausgereift, dass die Stürmer gerade und immer wieder im Mittelpunkt stehen und das vielleicht eben auch der Vorteil ist zu Bayern-Mannschaften oder zu deutschen Mannschaften? Ja, ich glaube, Bayern ist natürlich noch eine extreme Form da, das ist natürlich eine extreme Mannschaft, weil sie eben durch diesen Lewandowski-Abgang gar keinen Stürmer mehr haben. Ich würde das nicht so großartig vergleichen, aber ja, sie haben ja auch mit Giroud so Stürmer in einem gehobenen Alter, die aber trotzdem noch funktionieren, die halt trotzdem da in diesem System funktionieren. Die Stürmer müssen aber auch bei den italienischen Klubs sehr viel Defensivarbeit verrichten, was ja auch so eine Domäne ist und defensiv heißt für mich gar nicht hinten tief stehen, wie Milan das getan hat. Das kann auch ein hohes Pressing bedeuten, das kann auch bedeuten, Gegner zu leiten, zu lenken und da sind ja auch italienische Klubs sehr, sehr stark und die Stürmer dann wiederum werden sehr gut mit Bällen gefüttert, auch mit Flanken, was ja auch eine wichtige Disziplin ist, auch eine wichtige Sache, die italienische Mannschaft gut beherrschen und dann ist es für den Stürmer auch eine leichte Sache, daraus Tore zu machen, wenn eben das Spiel so stark auf dich zugeschnitten ist. Ich würde das jetzt gar nicht aber groß mit dem deutschen Fußball vergleichen, die Bayern sind da wirklich in Extremsituationen und die Dortmunder haben ja mit Haller auch genau diese Spielidee gehabt, der wurde dann aus anderen Gründen wurde daraus nichts, die ja sehr, sehr traurig sind, aber ja, Bayern braucht Stürmer, sagen wir, wie es ist. Dass es mindestens ein italienisches Team im Finale geben wird, das haben wir dann gestern auch feststellen können bei der Paarung zwischen Inter Mailand und eben Benfica Lissabon, da hat es auch unseren zweiten, sag ich mal, kleinen Geheimkandidaten erwischt, vielleicht ein bisschen überraschend, weil es im Hinspiel schon eben so ein bisschen in den Sand gesetzt wurde. Es gab dann 3 zu 3 viele Tore. Drückt das Ergebnis für dich etwas? Hätte Benfica da mehr machen können? Aber ich fand Inter vor allem gestern, sag ich mal, bis zum 3 zu 1 oder auch bis zum Anschluss dann nochmal für Benfica wirklich auch sehr reif in der Vorstellung und natürlich dann wird ihn jetzt weiterkommen. Ja, ich würde dann das Ergebnis da wirklich nicht zu hoch hängen, es stand 3 zu 1 bis kurz vor Schluss und bei Inter hat man deutlich gemerkt, okay, die haben dann gesagt, macht mal irgendwas, wir wollen das jetzt irgendwie über die Zeit retten und das ist uns auch egal. Sie wussten, dass sie keine 4 Gegentore mehr kassieren. Insgesamt ein sehr, sehr reifer Auftritt von Inter in beiden Spielen, fand ich, weil die auch es geschafft haben, dass dieses Pressing, diese große Stärke von Benfica überhaupt nicht zum Tragen gekommen ist. Sie haben auch aus einer sehr guten Defensivhaltung mit ihrem klaren 5-3-2 sehr gut verteidigt und auch kaum Räume aufgelassen, vielleicht so ein bisschen auf dem Flügel kleine Schwächen gehabt, da hat Benfica dann ein paar Flanken hinbekommen, aber grundsätzlich haben sie sehr gut gestanden und dann immer wieder diese Nadelstiche gesetzt in Form von Schnellangriffen, aber auch dann in Form von schönen Kombinationen, das ist ja auch ihre Stärke mit diesem Mittelfeld, das so stark ist und was jetzt der Unterschied ist, so ein bisschen zur Serialsaison ist, dass sie ihre Chancen gemacht haben, weil das ist so ein bisschen der Knacks, wenn du dir die Daten anguckst, dann siehst du, dass sie bei Expected Goals sind sie eigentlich mit Abstand das zweitstärkste Team Italien und sind auch gar nicht so weit weg von Napoli, aber sie machen halt ihre Chancen nicht und hinten lassen sie dann zu viel zu, das ist so ein bisschen die Krux und das haben sie in der Champions League jetzt ein Stück weit abschalten können, gerade im Hinspiel, da haben sie dann sehr effizient gearbeitet und das war der entscheidende Faktor, weswegen sie hier weitergekommen sind. Gibt es in der Mannschaft trotzdem einen Spieler, der für dich so ein bisschen raussticht oder würdest du einfach sagen, das ist die prädestinierte Teammannschaft, wo alles ineinander greift, wo gerade auch die Erfahrung zum Tragen kommt und ja, wo gar nicht so richtig jemand rauszuheben ist? Ja, das Mittelfeld, wie gesagt, ich mag das sehr, sehr gern, Bosovic, Sparella, das ist halt ein sehr, sehr spielstarkes Mittelfeld, das aber auch sehr gut die Räume schließt im Spiel gegen den Ball. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Da haben sie eine sehr, sehr hohe Qualität. Aber grundsätzlich, ja, sie leben halt von den mannschaftlichen Abläufen, auch davon, dass sie mit diesem 5-3-2 sehr gut kompakt spielen können, aber auch immer wieder eben über zurückfallende Stürme, über vorrückende Ausverteidiger neue Wege kreieren können, vor das Tor zu gelangen. Also ich mag ja dieses System, was da seit Jahren praktiziert wird, sehr, sehr gerne, auch wie sie es praktizieren. Und ja, ich würde sie sogar als leichten Favoriten sehen in diesem Halbfinale, wobei wir jetzt wieder, jetzt sind wir wieder, müssen wir wieder von meinem Lieblingsthema, Taktik weg, zum Thema Mentalität, Emotion mit einem Derby im Halbfinale. Das ist dann nochmal ein ganz eigener Schnack, da kommen dann nochmal ganz andere Dinge an, da wird es wahrscheinlich auch sehr viel Pyrotechnik geben, glaube ich, und solche Geschichten. Ich gehe auch davon aus, dass die Spiele sehr viel Nachspielzeit dann am Ende haben werden, weil es dann immer wieder Unterbrechungen geben wird. Also deswegen, rein von Papier her würde ich Inter besser sehen noch ein Stück, aber das ist in so einem Derby nicht viel wert. Blicken wir trotzdem nochmal kurz auf die Portugiesen, denn der Blick lohnt sich sicherlich. Da hat Roger Schmidt als Trainer ein richtig gutes Fundament aufgebaut. Die überzeugen natürlich Jahr für Jahr mit einer super Jugendarbeit und müssen wir Benfica einfach in den nächsten Jahren auf diesem Niveau weiter auf dem Zettel haben, weil das waren jetzt mehr als nur Andeutungen oder denkst du, okay, das war dann doch eben mal dieses eine Jahr, wo so viel funktioniert hat. Ja, das Problem ist natürlich, dass sie auseinandergekauft werden werden, wahrscheinlich, also dass da natürlich wichtige Spieler dann weggekauft werden. So eine Mannschaft wie Benfica ist davon nicht frei und das ist ja auch schon passiert in dieser Saison. Also es ist ja nicht so, dass sie mit ihrer besten Hälfte das durchspielen konnten. Deswegen wird das so ganz schwierig, aber ich bin ja ein großer Fan von Roger Schmidt auch mit seinem 4-2-2-2-System, 4-2-2-2-System, genau das eben sehr viel Vertikalität hat, aber auch ein sehr gutes Pressing und er hat sich auch im Ballbesitz immer weiterentwickelt. Also ich bin ein großer Fan seiner Spielweise und ich glaube, er wird da auch weiterhin gute Arbeit leisten, aber die Saison wird es schwer zu sein, dann nochmal in dieser Form zu spielen. Wir haben also Real Madrid gegen Manchester City, Inter Mailand gegen den AC Milan. Das wird uns viel Freude bereiten. Wirst du die Spiele weiter so mit Spannung verfolgen und wer wird es denn für dich am Ende vielleicht machen? Wer hat so die Nase vorne? Also wenn ich rein nach fußballerischer Qualität gehe, dann würde ich sagen, das Finale heißt City gegen Inter. Gibt natürlich noch viele andere Faktoren, aber das ist mein Tipp, weil ich sage, diese Saison hat sich bisher auch häufig die Qualität durchgesetzt, die spielerische Qualität, aber auch die defensive Qualität und da sehe ich City und Inter ein Stück weit vorne. Also das ist mein Tipp, City gegen Inter im Finale. Die Paarung kann man sich definitiv gut anschauen. Ja, was ist euch noch so aufgefallen? Was habt ihr noch für Feedback? Wir freuen uns immer, wenn ihr auch da eure Meinung da lasst und ja, dann bedanke ich mich erstmal bei dir, Tobias. Wir haben spannende Viertelfinals gesehen, leider mit keinem guten Ende für die Bayern, aber auf die warten jetzt noch ganz andere Aufgaben und ich bin gespannt, was wir da noch so zu analysieren und zu sehen haben in dieser Saison und dementsprechend erstmal danke dir und ja, bis dahin und mach's gut. Danke für die Einladung. Danke für die Einladung.